Das HOTO OLME 65 cm Algenschaber Aquariumschaber Set ist ein langlebiges Reinigungswerkzeug aus Edelstahl, das speziell für Glas-Aquarien entwickelt wurde. Mit einem verlängerbaren Griff bis 65 cm eignet es sich ideal für die Entfernung von Algen und Schmutz auf Glasoberflächen. Die hohle Klingenkonstruktion reduziert den Widerstand und erleichtert die Reinigung, während die scharfen, glasfreundlichen Klingen grüne Algenflecken und andere Ablagerungen effektiv entfernen. Das Set ist korrosionsbeständig, für Süß- und Meerwasser-Aquarien geeignet und bietet eine einfache Installation mit austauschbaren Klingen, die auch als Sandnivellierer verwendet werden können. Es reinigt schnell und stört dabei kaum Fische oder Pflanzen.